Willkommen zu einer weiteren Folge in Minecraft. Am Start haben wir hier den Firefell. Hallo, wo ist im Keller? Und den Wallard. Hallo, hi, hier. Wer hier gerade testet. Ja, ich probiere hier aus hier. Das muss irgendwie gehen. Und was testest du jetzt hier genau? Also, was soll das jetzt hier werden? Also, eigentlich sollte er den Stein hier... Den soll er runternehmen und dann soll er den Stein hier rein drücken. Und dann wieder raus. Und dann der wieder hoch. Und ohne, dass die sich verschieben. Ähm... Okay, das war jetzt verwirrend. Ja. Jetzt geht der wieder nicht hoch. Aber der ist doch bepowert eigentlich. Ja, warte mal, warte mal. Müsste ich an den Repeater dran? Ähm... Der ist bepowert, ja. Aber der kann hier wahrscheinlich nicht hoch, weil da oben... zu viel... äh... Sachen sind. Keine Ahnung, zu viele Steine. Der geht normalerweise hoch. Warte mal, bin ich jetzt hier... Der muss noch komplett open sein die ganze Zeit, oder? Der muss oben sein, das heißt also, der muss oben bleiben. Und sobald ich drücke, muss der runter gehen. Ja, deswegen habe ich ja... Muss doch der Stein weiter hier rüber zu dem. Hatte ich vorhin gehabt und da hat er genau das gleiche Problem gehabt. Ähm... Das heißt, das heißt, das heißt... Ich nehm den hier mal weg. Und den... Und jetzt... Ja... Das macht er. Immer zu viel. Fein. Hey, das passt. Das sieht gut aus. Ja, das passt. So... Jetzt ist es das Dingens... Ich will ja damit... Sozusagen mit dem anderen... Die Lore, die da hinten... Dann da parkt... Da muss ich hier mal eben zumachen... Bis... Da... Da... Dahinter ist jetzt sozusagen ne Lore. Klack. Klack. Die mache ich mal eben da hinten so aus... Aus... Äh... Ja... Hab jetzt glaube ich keine... Doch... Da kommt die Lore rollen... Es geht leider nicht, weil... Doch... Müsste gehen... Schiene... Hast du noch ne... Schiene für mich? Ja... Eine normale... Ja... Da... Oh... Danke... Komm... Komm... Bist zu voll... Du kriegst bisschen Holz... Und ein Säscher-Stack... Bisschen Holz hab ich ja gesagt... Kommt hier ne Schiene drauf... Fein... Wie geht... Wie will die rein? Ja, warte... Jetzt ist sie dran... So... Jetzt fängt ihr nochmal... Die... Ähm... Hinten geht's herunter... Da kommt der herunter auf der rechts... Auf der linken Seite von dir aus gesehen... Also hier kommt noch mal genau... Genau... Da muss ich nachher noch ein Loch bauen... Sodass wenn du aufsteigst... Dass der da verschwindet... Die Lohre verschwindet... Okay... Und dann können sie... Ich muss mal gucken... Wo ich sie langführe... Die führe ich dann eigentlich... Die fällt dann hier rein... Mhm... In dem... In dem Loch... So wie es da ist... So... Und dann... Kann ich hier drauf drücken... Cool... Und dann... Sollte die... Weil nur eine Schiene... Da fehlt jetzt die Schiene... Ja... Eine Booster war hier... Ja... Hab ich hier... Genau... Da... Da... Reiner... Da... Da... Muss zu... So... Und jetzt müsste es eigentlich von zu... Cool... Und da kann man rein und los... Da kommst du ja auf der anderen Seite wieder runter, hast du ja so eingerichtet. Genau. Also, die müsste jetzt gleich wieder kommen. Das coole ist ja hier eben, äh, die Wand ist ja, dann machen wir mal hier, machen wir mal so. So. Du siehst nichts. Mhm. Und die Lohre, ich hab ja noch eine. Ja, ist drinnen. Ja, jetzt hat er mich eingeschlossen. Also, den, ne, ist egal. Ne, lass mal so. Oder? Das siehst du ja von draußen dann. Lass mal zu. Okay. Musst dir also vorstellen, du drückst dann da draußen auf einen Knopf, so wie jetzt. Das ist geil. Und du siehst nix und dann, den kommt dann mit mal aus dem nichts. Das ist geil. Das fand ich eigentlich optimal. Das gefällt mir. Und dann kommt hier noch so ein Knopf dran, so ein Knopf. Du kannst dich rein setzen und tschüss. Entschuldigung. Da fährt er von dannen. Und ich komm schon wieder. Da. Lola. Lola. Waaah. Und da. Haha. Hahahaha. Hahahaha. Das ist so nicht hoch, weil ich hab keine, äh, keine Boosterschienen auf der Seite. Oh, mehr. Ja, aber ich, äh, ich war zu langsam. Das ist, das ist, das ist Transporto. Äh, Männer. Also Menschentransporto. Was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich auch ein, ein, ähm, wir hatten diese Transportmaschinen mit, mit Dings drin, hier mit, mit, mit Pool. Äh. Ja, du weißt jedenfalls, was ich meine. Ja, ja. Eine Lore mit der Truhe drin ist. Genau. Ja, da kann man dann hier, hier oben, äh, zack, 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 zack. Okay. Und dann hier oben. Das ist cool. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann alles hier wird. Ja, das ist, also, die Idee ist ja echt geil. Wir können aber auch anders machen, dass, äh, wir unten, die Lore befüllen oder was weiß ich, aber eigentlich ist das ja hier schon ganz gut, diese Fläche hier. Ja, finde ich jetzt auch ganz gut. Platz haben wir auch nach oben, denke ich mal, ich hoffe. Ach, hier war der eigentliche Weg gewesen. Ah, okay. Ja, da hinten. Also, das ist schon mal, das Dingens. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich diesen Schalter hier, den, ich hole mir mal eine Lore. Und jetzt hier am besten hin. Warte. Okay. 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 Hallo. Du hattest mal das Dingens an. Also, ich habe das Dingens an. Herz, der zutprecher hier. Ich habe da mal den Aufgang dort noch mit ein paar Treppen versehen. da bist du noch mehr genug dafür gehen und so langsam die armen piechsen aus recht ich habe nur noch zwei stück gucken wie weit ich damit noch kommen ja eisen haben ja noch genug hier unten habe ich gar nicht gesehen wurde ich habe noch halten in der tasche weil ich allerdings gebaut hier ein 64 stack die die hier in der luft quasi schwebt ich war blind auf den augen hier sind auch noch mal neun muss mehr rauchen ich habe soviel für das geschehen 18 stück und mich einbuddeln nein Prozent gucken die kritischen ich wollte ja mal ne Treppe hinsetzen wird man hier neben dem Haus Ah, schon mal angenehmer hier. So. Mach schon mal hier hinten noch Treppen lang. Und ein paar Fackeln, weil hier ist es echt zappenduster. Hier könnte man es bohren. Und das wollen wir nicht. Ui, hier ist Lappes. Hier hat man Lappes übersehen. Lappes Hupps. Lappes Hupps. Lappes Lappes. Lappes Lappes. Das haben ja auch einige schon wieder reingetan. Ebenfalls Diamanten, nur 20 Stück knapp. Was, echt? Krass. Das war heimlich, der da hat. Emerald. Und Lappes Lappes. Lappes Lappes, schützig Stück gefunden da. Boah, hast du ja ganz schön, was? Schon wieder gefunden in der Zwischenzeit. Ja, der war auch so ruhig, ne? Ja, war. Ich bin ein Buddler. Ja, gut. Passt. Was passt, wenn ich da jetzt... Frenkholz. Der hat ein bisschen Mäh, lassen wir so. Der einzigste Verschleiß, den ich habe, ist wirklich massiv viele Spitzacken. Ja gut, dafür findest du aber wieder Haufen Eisen. Boah. Und das machst du ja damit dann auch schon wieder weg. Muss das auch sein. Sonst lohnt sich das ja nicht. Also buddeln. So. Gucken wir hier noch weg. Da und da. Sitzen hier auf jeden Fall wieder ein paar Fackeln, weil es sonst zappt ein Duster. So, dann hätten wir hier Treppe. Ja gut, das passt. Huch. Die muss wieder weg. Die ist auch wieder zu viel. Da, 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 da. Und dann hier, 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 hier. Und jetzt nur noch hier die Pau. Boah, Fienerangrafen vor. Schön wieder. Ja. Schnell zum Manipedi. Ah, eine habe ich noch. Ein Fienerangrafen noch. Der wird erst ausgenutzt. Da haben wir jetzt hier sogar noch einen Aufgang mit Treppen bis runter zu. Oh, 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 oh. und blägt irgendwo schon wieder gammelfleisch dass man morgen ja gleich auch noch den weg moment deswegen falsch haben wir hier noch mal in der mitte eine treppe die man hochgehen können ja wir haben doch oben noch ein paar Türen oder Türen habe ich hier auch gesehen Türen habe ich hier auch schon gesehen ja wunderbar mal nur gucken wo hier haben wir eine Türe da haben wir zwei Türen also haben drei Türen nur das reicht doch definitiv ja drei Türen ich brauche ja nur eine und angenehm mit der Treppe oder ja ja schneller ne ich werde hier nochmal eine Reihe setzen dann bist du auch schneller oben falls du doch mal hier lang musst hattest du die Schienen hier unten reingelegt oder nein die habe ich noch bei mir kannst du mir nochmal ein paar geben geht gleich Lobos ich vereile mich ja warte ich schicke dir eine Lohre ach ich hätte ja gleich eine Truhe reinpacken können hättest du machen tun können wir auch ja die Vollkraut vorbei die habe ich verpasst ja ich baue mal eben eine Truhe dann haue ich die da rein und dann gucken wir mal ob die da hoch geht dann brauche ich noch ein bisschen achtholz glaube ich war das ne so da noch und da noch so da haben wir jetzt erstmal nochmal ein Aufgang gucken wie machen wir das hier ne hier braucht man nicht hier reicht die eh noch eine Treppe aus aber wir werden hier wahrscheinlich noch ein bisschen was abhacken müssen also ich schicke dir jetzt mal so eine Eckeztruhe hoch ja die kommt hoch nein schaltet die Truhe gerade auf jetzt kommt sie runter ja klappt wunderbar super ok wir müssen hier auf jeden Fall dann noch ein bisschen ausleuchten ja ja ich habe nicht mehr genügend Fackeln hm ich habe mal 39 soll ich sie hier hochschicken ja mach mal bitte ja ich muss erstmal wieder bauen ich habe den gerade auseinander genommen wenn wir schon die Strecke hier haben müssen wir sie jetzt auch als Nutze ja ich gebe dir mal die 39 Fackeln brauchst du sonst noch etwas äh ein Cheeseburger Cook Pommes und eine Apfeltasche ach zu spät hat die Apfeltasche fehlt für mich auch die Tasche ist gut gut hab ich Hunger ja genau okay Truhe kommt zurück ey das Ding fetzt oh Gott alsoes spawnen dürfte jetzt hier nichts mehr ich habe jetzt gut ausleuchten können Oh, das mit den Treppen funktioniert auch recht gut. Gut. Das Höhlenstück hier kommt mir bekannt vor. Maniküre, Maniküre. Ich bin gerade mal in der Abzweigung von meiner Höhle, damals rein. Ich glaube, das war hier auch so die Gegend, wo ich mich ständig verirrt hatte, weil ich das mit den Fackeln noch nie gemacht hatte. Bin ich schon immer wieder an den selben Stern rausgekommen. Oh, hier ist Gold. Holen. Mitnehmen. Und das ist nicht gerade wenig? Acht Gold? Au. Achsen gebrochen. Oh, shit. Wir sind bei krasser Überlänge. 21 Minuten. Shit. Leute, das war's wieder mit dieser Folge von Minecraft. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich hab jetzt aber auch nicht drauf geachtet.